Wenn The Beats verunglückte Aufnahmen vor's Intro schneidet Versuch Nein, nein, ich... Ah, fuck, ich bin tot So ein Hurensohn, Alter Aber da ist einfach mal ein Team hinter mir her Oh nein, der Typ fickt mich doch nicht weg Ich bin auch tot Mann, Alter, so ein Team Lebst du noch? Ja, ich fick ihn gerade Er hat mich auch noch... Wie oft muss man den denn hinten, Alter? Ah, fuck Nein Dieser dumme Abstauber, Mann So ein Hurensohn Oh mein Gott, ich werde gerade verfolgt, ne? Nein, er hat den T. Er hat den T. Er hat den T. Nein, ich bin tot Ich bin tot T. Er hat einfach den T. Er hat den T. Ja, ich bin tot Ey, Pradex, Alter Der hackt Meine Fresse Da kam noch einer Und der macht mich einfach mit zwei jetzt down So ein elender Hacker Solche Noobs Solche Hurensohne Ohne Witz Ich weiß gerade nur leider nicht, wo du bist Am Spawn Ich bin auch am Spawn Ja, der hackt, der hackt. Ich bin tot. Ich bin tot, Alter. Was ist das, Mann? Ja, bin auch gut. So ein Hurensohn. So, meine lieben Freunde, sieht's aus, wenn der Beats mal versucht aufzunehmen und er die Scheißaufnahmen, sag ich jetzt mal, vor das Intro schneidet. Ja, ich hab so einen Hurensohn-Counter mit reingezogen, weil ich Langeweile hatte. Ja, ich hoffe, es hat euch ein bisschen unterhalten. Und ansonsten kommen jetzt drei Runden, Survival Games, drei Runden. Ihr werdet sehen. Und die sind auch nicht alle so perfekt gelaufen, aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Bis gleich zum Video. Yo, Leute, und willkommen jetzt zu einer weiteren Folge Survival Games. Heute mit dabei ist der Plex Games. Hallo. Okay, und wir spielen hier auf der neu alten Map, auf dem GOMM-HD-Server. Die gab's, glaube ich, schon mal. Und, ähm, ja, wir spielen mal, mal gucken. So, es geht ja auch direkt schon los. Rennen wir dann einfach in die Richtung hinter uns, oder? Ja, genau. Erstmal in die Mitte und dann hinter uns. Jo. Okay, Steinschwert. Nice, nice. Komm, lauf weg. Ich hab auch noch Holzachst und einen Bogen. Ich hab noch einen Goldschwert für dich. Ja, nice. Drop mal, drop mal. Hier. Nice, okay, gut. Da sind wir jetzt schon richtig gut ausgerissen für den Anfang. Hast du einen Bogen? Ja, ich hab einen Bogen. Ich hab noch Pfeile, sechs Stück. Okay. Warte, ich hab gedroppt. Pass auf, da kommen schon die Ersten. Okay, Schutzzeit ist vorbei. Die holen wir uns jetzt. Ja, die holen wir uns alle. So, den einen hab ich schon. Den einen hab ich schon. Pass auf, pass auf. Nicht sterben, ne? Nicht sterben. Nee, ich probier's. Probier's. Ich bin relativ weit hinter dir. Da sind sehr viele. Oh! Wieder, schuldigung, auf einmal ein Eisenschwert. Ja, ich hab ihn, ich hab ihn, ich hab ihn. Da hinten sind noch welche. Okay, bist du nicht low? Geht. Oh, jetzt bin ich low, jetzt bin ich low. Ja, ich hab ihn. Okay, gut. Alter, alter, gut. Du hast jetzt ein Eisenschwert, oder? Genau. Ich hab ein Eisenschwert. Hier hab ich noch Stiefel für dich. Danke. Noch einen Bogen. Danke. Okay. Okay, gut, da ist noch einer. Oh Gott, nee, den schaff ich nicht. Was? Oh mein Gott. Hast du ihn? Ja, hab ihn. Ja, ich lebe noch. Aber der hat so ein bisschen gebackt. Oh, dann war das wohl knapp. Ich hab noch einen Eisen und einen Stick. Äh, nur einen Eisen, meine ich. Hast du noch einen Stick und noch einen Eisen? Ich hab zwei Sticks, aber leider kein Eisen. Okay, dann schauen wir mal. Ich sag mal Bescheid, wenn wir noch einen Eisen finden, ob wir sollten, oder so. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal aufpassen, dass wir nicht sterben. Ja. Weil ich bin... Ja, okay, es geht. So, komm. Wir gehen jetzt ganz langsam hier weiter. Wrecken ein bisschen. Ich denke, du bist auch relativ low, oder? Mir fehlen noch drei Herzen, dann bin ich wieder voll. Okay, mir fehlen vier. Gut, dann arbeiten wir jetzt ja mal langsam weiter. Jo. Ähm. Ansonsten läuft die Runde bis jetzt. Schon? Sie läuft. So, wenn du Gegner siehst, direkt Bescheid sagen. Jo. Brauchst du Essen oder hast du genug? Äh, Essen hab ich genug. Brauchst du noch eine Hose? Oder? Ja. Eine Lederhose. Ich weiß nicht, ob das bringt. So, warte. Da. Klar bringt's was. Wo ist die da? Okay. Nice, dankeschön. Okay, weiter geht's, weiter geht's. Oh mein Gott. Wir müssen aufpassen jetzt, sodass... Ja, da hinten ist... Ich seh einen Namen, ich seh einen Namen. Da hinten ist einer. Komm mal. Oh. Lol, 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 lol. Ich brauch Hilfe, ich brauch Hilfe. Ja, ich komm. Okay, er rennt, er rennt, er rennt. Er rennt, okay. Das heißt, er dürfte nicht zu voll sein. Oh, hier ist die Bäume durch, da kommt man fast nicht durch. Ja. Aber der ist relativ gut, oder... Aber wenn die Kisten reinschauen, kann er immer noch. Nice, du hast ihn noch einmal geht, ne? Nochmal, nochmal, nochmal. Alter, ich hab ihn schon... Warte, geh mal weg, geh mal weg, geh mal weg. Nein, schade. Das war ganz knapp. Da vorne kommt noch einer. Hoffentlich kein Teampartner. Denke nicht. Ja, ich hab ihn. Oh mein Gott. Ja, er brauchte nur noch einen Hit. Okay, da vorne ist der andere Typ. Nein, da hinten ist er, da hinten ist er. Ich weiß, ich weiß. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Warte, den kriegen wir, den kriegen wir locker. Ja? Oh, da ist noch einer. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Ah, ich bin tot. Das ist ein Team, das ist ein Team. Ja, ich bin auch tot. Mann! Mann! Aber ich würde sagen, dann gehen wir einfach in die nächste Runde. Dann gibt es kurz einen kleinen Cut und dann versuchen wir noch eine Runde. Bis gleich. So, da sind wir auch schon wieder zurück. Wieder auf Old City. Die Map wollen wir jetzt einmal schaffen. Oh, ich hab ein Steinschwert, ich hab ein Steinschwert. So, ich hab Bogen, Essen und Diamant. Wo bist du, wo bist du? Gut. Siehst du mich? Ja. Okay, lauf hier einfach weg. Ähm, ich hab noch eine Hose für dich. Warte, rennen wir erstmal weg. Okay. Okay, jetzt bleib kurz stehen. Okay. Hose. Hast du noch eine andere Waffe? Äh, nein. Nein, okay. Ich hab einen Bogen, hast du vielleicht Pfeile? Ja, hier. Nein, nein, dann nimm du lieber den Bogen, ich kann mit dem Bogen überhaupt nichts. Achso. Hier, ne. Such dann auch noch eine Waffe. Dankeschön. Ja, da hinten ist einer, vielleicht hat er eine Waffe, mal mal schauen. Du stimmt, du hast schon eine Waffe, ne? Ja, ja, ich hab ein Steinschwert von der Mitte. Okay, ich hab einen, ich hab einen, ich hab einen. Ich weiß gar nicht, wo du hingerannt bist. Ja, ich, ich seh dich. Keine Angst, aber hier ist noch einer, hier ist noch einer. Da unten ist noch einer, ja. Noch zwei sogar sind hier. Verdammt. Wenn du noch keine Waffe hast, dann chill, den packe ich mir. Ja, mach ich. Da läuft er weg. Okay, dann. Kannst du ja einmal mit der Hand schlagen. Ich ja, warte, du wachst gerade bei mir. Da ist er tot, da ist er tot. Ja, gut. Gut, aber er hatte leider kein Schwert. Hast du jetzt nur ein Schwert? Ne, ne, das ist ja das Problem. Äh, da ist noch einer, da. Okay, hol ihn. So, er hat eine Waffe, jawohl. Hast du auch proben, oder? Ja. Jetzt haben wir eine gleich gute Waffe, oder? Äh, ja, ja, ja. Ist von der Förderstärker gleich gut, ja. Ja. So, weiter geht's, weiter geht's. Jetzt können wir eigentlich schon ein bisschen schlachten, so. Von der Rüstung her sind wir zwar nicht so die Besten, aber... Hast du vielleicht einen Diamant? Ich gesagt, wir haben die wir sehr gut. Hast du was? Hast du einen? Da vorne ist er. Da, da ist jemand. Ui, dreht er schnell um. Okay, komm. Den müssen wir jetzt auch noch bekommen. Ja. Hier, ich hab' ich einmal geboostet. Oh, das war nicht so gut. Jawohl, nice. Einmal haben wir den. Zweimal. Zweimal gehittert. Nein, nein, nein. Da lau' ich gegen einen Baum, wie so ein Opfer. Und... Immer noch nicht. Was ist denn da los? Oh Gott, unter den Bäumen durchspinten ist einfach manchmal so... Ne Qual. Oh, ich hab' ich noch einmal. Jawohl, jawohl, jetzt ist er down. Da ist er down. Nice. So, mal gucken, ob ich jetzt noch bessere Rüstung hier für dich habe. Ob ich bessere Rüstung für dich habe. Da einen Helm. Danke. Das war das Einzige, was ich von dem rüstungstechnisch bekommen habe. Okay. So. Hast du einen Kompass? Ich hab' noch einen Bogen für dich. Einen Kompass hab' ich leider nicht, ne. Okay. Weiter geht's in die Mitte. Gucken, ob da noch einer ist oder ob von der Seite irgendwo jemand kommt. Ne, sieht nicht so aus. Alle Kisten nochmal überprüfen, ob hier alles geleert wurde. Jo. Ähm. Ne, ich sehe gerade auch keinen, also... Oh, leider nicht. Ja gut, der Laufwerfer in irgendeine Richtung und guck mal, ob da alles so läuft. Eben noch wie viel noch? Acht Leute. Ja, passt. Passt, passt. Ja. Ich sehe irgendwie gar keinen Gegner. Ja, auch nicht. Irgendwie, weiß ich nicht, ich mag die Map irgendwie nicht. Die ist so komisch. Ich, ich, ich finde die eigentlich nicht schlecht, ne, aber... Mit den ganzen Bäumen hier. Ja, ja, ich, ich mag solche Maps eigentlich, die so richtig so mittelalterlich gebaut sind und so. Also ich finde die mittelalterlich gebaut wegen den Schlüstern hier und so. Da vorne ist jemand, da vorne ist jemand. Wo, wo, wo? In dem Haus drin. Ach, da, ich sehe, ich sehe es. Spaß, Tone oder so. Oh, feiert ihn, oder? Wo, 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 wo? Ich weiß jetzt nicht, ob du das bist. Ne, das bist du. Ich habe mich geirrt. Alter. Diese ganzen Angel, Leute, regen mich mal so auf. So. Geh auf ihn drauf und wenn du ihn nicht packst, dann renn weg, renn weg, renn weg. Oh nein, nein. Nein. Hast du ihn? Ja, ich habe ihn. Du kriegst locker, ja. Oh, schade. Ist gleich Deathmatch? Ja, sollte gleich sein. Ja, 60 Sekunden steht mit dem Chat. Mann. Hätte sich umgedreht, ich hätte den noch, also ich habe den ja bekommen, aber du hast ihn schon relativ low gehittet, äh, gehittet. Das war knapp, glaube ich, ne? Ja. Schade. Mann. Okay. Weiter geht's, weiter geht's. Radar hat er auch nicht. Oh, gleich ist schon Deathmatch. Nur noch zwei andere Leute. Du kannst mal gucken, wenn du willst, wie sie ausgestattet sind oder ob es ein Team ist. Soll ich gucken? Guck mal, ob das ein Team ist. Ne, ob das ein Team ist nicht. Ja gut, ne, der steht gerade an einem Feuer und verbrennt Sachen oder so. Er ist alleine. Okay, also zum Glück schon mal kein Team. Ja. Er hat, ne, ne Eisenachst also. Okay. Also der eine zumindest beim anderen Leiter. Ungefähr so gut wie ich. Ja, Commander Marv sehe ich gerade. Ja, genau, das ist der, glaube ich, sogar, aber. Okay, sogar die große Map. Ja, die ist super. Die ist Subbar von Thummer, ja. Eie. So, also du gehst grad drauf. Ne, der Typ wird abstauben, wenn du ihn killst. Oder wenn er dich killt. Renn lieber weg. Ne, jetzt hat dieser Commander Marv hat abgestoppt. Oh, er leckt. Nein. Nein. Was ist denn los mit denen? Was ist denn los, Mann? Nächste Runde, kürzer Cut. Und eine Runde wollen wir noch gewinnen. Ja. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute, da sind wir auch schon wieder zurück. Diesmal auf der Map Murmeltier Games. Und. Diamant-Ax. Diamant-Ax, nice. Das läuft. Ab zum Tempel, oder? Oder woher rennst du? Tempel, Tempel, welche Richtung ist ein Tempel? Ah, ich sehe dich, ich sehe dich. Gut. Da hoch musst du. Ja, ich suche mal so lange noch ein Schwert für mich. Ja, mach das. Im Tempel sind nämlich, glaube ich, acht Kisten oder so, wenn es gut läuft. Aber da ist gerade noch jemand vor mir, der hat aber noch keine Waffe. Das heißt, den dürfte ich locker bekommen. Ja. Ich hätte eine Waffe für dich. Ich hätte eine Waffe für dich. Ich habe jetzt auch schon eine Waffe. Ich habe mittlerweile auch. Eisen-Axt habe ich. Ich habe eine Stein-Axt. Ja, kannst du mir gleich geben, wenn wir uns irgendwann mal sehen. Du weißt, wie man zum Tempel kommt, oder? Ja. Dann. Aber hier sind gerade zwei, da könnte ich abstauben. Dann schau' mal. Das ist, glaube ich, besser. Gut. Ja, die Runde läuft. Oh, bei mir nicht. Ah, nein, da ist jemand. Da ist jemand. Ich will lieber mal weg. Kannst du kommen, kannst du kommen, kannst du kommen, kannst du kommen. Wohin denn? Ich werde gerade verfolgt. Richtung Spawns zurück. Ach, du wirst verfolgt. Ja. Ja, doch. Ich werde immer noch verfolgt. Die Leute, die einen mal durch die ganze Map verfolgen. Ja, jetzt bin ich tot. Ich bin tot praktisch. Ne, ich lebe sogar noch. Ich komme zum Spawn, ja? Äh, ja. Ich habe jetzt gerade einen Bogen auf dem Boden gefunden. Auf den Spawn drauf oder zu im Spawn? Hä? Ich bin jetzt im Spawn drin. Im Spawn drin, ja, okay, ich komme. Hier, äh, wie siehst du? Hier bin ich rechts von dir. Ja. Oh, hey. Komm. Alter, wir müssen dir jetzt unbedingt... Darf ich ganz kurz, ich gucke ganz kurz, ob ich noch irgendwas zum Ausrüsten habe? Ja, ich habe noch Schuhe. Ich habe noch eine bessere Hose. Gut, passt. Okay, hast du noch irgendwas für eine andere Hose? Ich habe noch eine Hose, ich habe noch eine Hütze, also eine Krone. Hast du irgendwas zum Verzaubern, weil ich hätte wieder ein Chanting-Flaschen? Ich habe ein Level. Ja, gut, dann mache ich mir auch. Also, ich habe auch ein Level, aber ich habe kein Schwert, deswegen bringt es nicht. Ja, gut, ich habe auch kein Schwert, weil auf eine Axt bekommst du dann nur Effizienz oder so was. Ja, du hast auch eine Eisenachs, hast du erzählt, oder? Ja, machst du haben, klar. Du magst du haben? Ich mag dir haben, ja. Habe ich schon vergessen, ey. Gut, 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 dann gehen wir da hinten, ist einer, da können wir mal was gucken. Okay. Hat wir da so reißen können. Kill ihn, fick ihn. Ja, bin dabei. So. Gut. Nein, ich habe dich aussehen, einmal gehittet. Alter, nein. Ihr lacht bei mir gerade beide, total. Ja, ich habe ihn, ich habe ihn. In Duscheik. Oh mein Gott, ich habe ihn. Geil. Geil, ne, du hast, was hast du für Schuhe? Ähm, Eisenschuhe, da, da, äh, gut, dann passt es. Ich denke, dass wir es nicht überbieten können. Ne, wenn ich nicht. So. Hier noch ein Bogen für dich, falls du einen brauchst. Ah ja, danke. Ähm, ansonsten, ja, habe ich nichts Besseres mehr. Ja gut, jetzt können wir mal gucken, ob hier noch irgendwo Gegner sind. Jo. Oh, hinter mir ist einer, hinter mir ist einer, hinter mir ist einer, hinter mir ist einer. Lauf weg, lauf weg. Bei weitem nicht voll. Einmal habe ich ihn, mit dem Bogen. Hast du mich gerade gehitet? Ja. Mit dem Bogen, wenn es nicht, also ich, ich schlag dich mit dem Bogen, wenn es okay ist, oder? Eher nicht. Ja, ja. Oh mein Gott. Ich habe leider keine Pfeile, sonst könnte ich ihn jetzt prima, oh, das ist Loot. Ich habe ihn zweimal noch gehitet, zweimal. Geil. Was hat er da für einen Trank genommen? Ähm, der hatte keinen Trank, der hatte einen goldenen Apfel, glaube ich, gegessen. Weiter geht's, Alter, komm. Den müssen wir jetzt noch bekommen. Ja, kurz davor. Wie viele goldenen Apfel hatten wir? Ja, Mann. Ja, Mann. Sauber. Hast du noch bekommen jetzt. Ja. Geil. Hier, ich habe noch Full Iron für dich. Geil. Dann nimm du erstmal Full Iron und dann. Ich habe ja schon Full Iron. Achso, geil. Warte, dann muss ich das verdroppen, dann nehme ich erstmal die Hose und die Brust. Alter, wie geil, läuft denn die Runde? Die Runde, die ist mega geil, also wenn wir die jetzt nicht gewinnen, dann sind wir. Wer bekommt Schaden? Deathmatch ist schon gleich. Ich bin gegen Kaktus gelaufen. Oh, ich habe mich erschreckt, ne? Ich dachte schon irgendwie, du bist es gar nicht. Also du bist nicht du, so weißt du. Brauchst du ein Feuerzeug, brauchst du ein Feuerzeug? Ich habe ein Feuerzeug. Ach gut, dann nehme ich das wieder. So, ansonsten, Alter, wenn wir die Runde jetzt nicht gewinnen, dann war es das für die Aufnahme. Weiß ich auch nicht, ich hoffe mal auf die große Arena, weil die kleinen mag ich überhaupt nicht. Ne, die sind wirklich scheiße. Aber es sei denn, bei der einen kleinen ist, glaube ich, ein Diamantschwert in der Mitte. Also, gewartet mal, war mal. Ja, da ist immer, bei fast jeder ist einer in der Mitte. Oh ja, gut. Ich glaube, ich bin, ja, du schießt gerade mit dem Bogen, oder? Genau. Gut, dann sehe ich dich. Bomm, ich stehe mal zur Hilfe, hey. Ja, gut. Ja, Tabi. Da ist noch ein anderer, oder? Ach, nee, nur noch hier zwei. Nur noch hier zwei? Ja. Ah, nice, geil. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben beide voll Iron, wir haben gleich viele Rüstungen. Ja, du hast auch eine Dia-Axt, oder? Ja. Ja, du bist locker gewinnt, ich bin PvP-Nov. Also, mal gucken, ne? Wie viele Pfeile hast du? Ich brauche keine Pfeile. Bogen kann ich hier nicht. Egal, damit es fair ist. Ja, gut, dann. Du hast was. Ich habe überhaupt keine Pfeile. Ach so. Dann kriegst du hier die Hälfte. Ja, gut, danke. Gut. Hast du Spinnenwehe? Nee, brauche ich auch keine, wirklich. Hast du schon. Ja, aber damit wir so... Okay, Feuerzeug benutzen wir, dürfen wir auch beide benutzen, ne? Okay, das reicht. Okay, hast du eine Angel? Ja, habe ich. Gut. Dann würde ich sagen, bist du bereit? Yo, bin bereit. Drei, zwei, eins. Go! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da läufst du noch ins Feuer. Ja! Ah, good game. Ich hatte nur noch, ja, fünf Herzen. Es ging eigentlich. Dafür, dass du das nicht so aufzockst, es ging. Okay, auf jeden Fall. Danke, dass du dabei warst, lieber Plex. Ja, kein Ding. Ansonsten, ich würde sagen, schaut mal beim lieben Plex vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, würde ich mich sehr freuen, falls ihr eine positive Bewertung abgibt. Darüber würde ich mich sehr freuen, falls euch die Runde gefallen hat. Und ja, ansonsten, wie gesagt, bei ihm vorbeischauen. Und wir sehen uns morgen beim nächsten Video wieder. Ciao! Tschüss!